Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Armin von Windows Area und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine AppX-Datei installieren könnt, ohne die beigefügte Zertifikatsdatei zu besitzen. Hier oben auf dem Berg liegt schon mal eine App, das ist in dem Fall Unigram 2.4. Wenn ich diese jetzt installieren möchte oder aktualisieren, macht keinen Unterschied, dann bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt, dass ich ein neues Zertifikat benötige, falls es abgelaufen ist oder allgemein ein Zertifikat benötige, falls ich es überhaupt installieren möchte. Ich habe aber die Zertifikatsdatei nicht mehr. Was mache ich jetzt? Bei jeder AppX-Datei liegt das Zertifikat innerhalb der Datei noch mit bei. Das ist ganz gut, allerdings muss der Entwickler die App trotzdem zertifiziert haben. Das heißt, ohne Zertifikat geht es nicht. Man braucht mindestens eins. Dazu öffnen wir einmal die Dateieigenschaften von der AppX-Datei und klicken einmal auf digitale Signaturen. Hier bekommen wir direkt ein Zertifikat angezeigt, welches wir markieren können und dann auf Details und dann Zertifikat anzeigen. Hier sehen wir direkt, wir haben ein Zertifikat, was bis nächstes Jahr gültig ist. Das ist eine gute Zeit, deswegen können wir es einfach mal installieren. Hier ist es ganz wichtig, beim Zertifikat Imports Assistenten, dass wir lokaler Computer auswählen. Denn für den aktuellen Benutzer alleine geht das nicht. Dafür brauchen wir jetzt Admin-Rechte, die wir kurz bestätigen. Und schon sind wir hier im nächsten Bildschirm. Denn hier müssen wir das Zertifikat an einem bestimmten Punkt speichern, den wir selbstständig jetzt auswählen werden, damit der Universal App Installer das annimmt. Und zwar unter vertrauenswürdige Person. Nicht vertrauenswürdige Herausgeber, sondern wirklich vertrauenswürdige Person. Dann klicken wir einmal auf OK, auf Weiter, klicken auf Fertigstellen und der Importvorgang war erfolgreich. Dann können wir das alles hier wieder schließen. Und nun klicke ich auf Aktualisieren und wir sehen direkt das App-Paket wird aktualisiert. Wie ihr jetzt die App startet und verwendet, wollte ich euch, glaube ich, nicht mehr zeigen. Wir sind hier schließlich nicht bei Sempa-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Ist jetzt eher ein bisschen speziellerer Fall. Wird nicht so viele Leute betreffen. Allerdings wollte ich das Video trotzdem machen. Abonniert unseren Kanal für mehr hilfreiche Windows-Tipps und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Tschüss!